So, ich kann mir jetzt mittlerweile die Schrimmbote kaufen oder die Schrimpfischerei und gleichzeitig den Manager dazu So, jetzt habe ich 10 Stück davon, wo ist der Manager? Eingestellt Managers are nido Nido? Was ist das für gut? They keep earning your money even when you're offline Das heißt, ich werde sehr viel What? Be free to take a breath Alles klar, okay Gut Also wir verdienen unheimlich viel Kohle, selbst wenn wir offline gehen Ich weiß gar nicht, was man hier alles noch, wie viel Kohle man hier eigentlich machen kann So, es braucht 59 Millionen bis dort Oh, das dauert hier schon ein ganzes Stück länger Ich kann auch Upgrades kaufen 25 Millionen, echt jetzt? Aber gut, ich kaufe mir das Ding Aber gut, ich kaufe mir das Ding Aber gut, ich kaufe mir das Ding So, was kann ich noch kaufen? Pizza 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 Hm Was ist denn das Maximum eigentlich von diesen Dingeln hier? Guck mal bei Wo war das Unlocks? 200? Wie viel kann man davon? Ich sage ja, das wird immer Es erhöht sich immer mehr und mehr und mehr Aber gleichzeitig gibt es hier dann auch mehr Bonus Wieder zwei, wieder zwei, wieder zwei, wieder zwei Also Multiplikatoren Aber ich glaube, ich würde dann jetzt erstmal Noch ein paar Donut Läden kaufen Wie gesagt, ich würde das gerne alles auf 100 bringen, wenn möglich Ich kaufe das alles zwischendurch hier Die Kohle, die vielfacht sich ja eh Null Komma nichts Ich werde dann den nächsten, so ein, zwei Tage später auch nochmal was aufnehmen Mal gucken, wie viel Kohle wir dann dann schon zusammen haben Und wie es dann aussieht Und wie dann die Abenteuer aussehen Also ich weiß, dass man hier noch springt Also man kann noch eine Figur bewegen, auf jeden Fall Und ähm Dies und jenes damit machen Also da Es gibt jedenfalls drei Feuerknöpfe Und BASD Steuerung und so Also wird man hier auf jeden Fall noch was machen können Und das werde ich dann auch noch zeigen 169 Minuten Ach, heiliger Straussack Ist eigentlich ganz schön teuer Wenn ich Einen Namen Aber okay, die kommen alle gerade zu gründen Gut, ich klicke auf hier, egal Mann, wieso habe ich bloß immer überall 10-fach hochgeklickt Äh, auf den Multiplikator da oben Kann man fast bei in Ruhe einschlafen Und wie man sich das die ganze Zeit so anguckt Wow, wie groß hier reinfliegt 175 Millionen Oh Gott Das ist echt eine ganze Menge Okay, hier geht's hierzu Okay, die Profite haben sich verdoppelt, alles klar Beziehungsweise die Geschwindigkeit, in der sich die Profite hier jetzt erhöhen Kann sich verdoppelt Gern noch so ein paar Donut laden hier Vielleicht sollte ich das nächste Mal Ich glaube die nächsten Millionen Die sind ja gleich dabei, welche in die Schrimpfischerei investieren Da kommt so viel Kohle rein Da kommt so viel Kohle rein Ja, so machen wir das Jetzt würde das doch schon ein ganzes Weilchen dauern Jetzt würde das doch schon ein ganzes Weilchen dauern Zehn Millionen Zehn Millionen Zehn Millionen Äh Alles klar Okay Die Musik macht einen mit der Zeit so ein bisschen weich im Kopf Irgendwie Das hört mir dazu auf Aber jetzt haben wir 77 Millionen Das ist ganz so cool Aber es dauert halt immer anderthalb Minuten Warum ist das wiederum blöd Okay, mein Ziel war alles auf Wunder zu bringen Also warte ich jetzt noch kurz bis die Zeitungen da soweit sind Auf jeden Fall müsste ich eigentlich noch so eine Nee Die Schrimpfischerei Die werde ich dann nochmal Da werde ich nochmal Zehn kaufen In der Hoffnung dass es irgendwie unter einer Minute fällt Und dementsprechend schnell fliegt ja auch die Kohle dann rein Und dann können wir viel viel mehr Zeug kaufen hier Okay, wir brauchen nicht mehr lange Ich schätze mal wenn hier die 37 Millionen einfliegen Wenn wir auch in der Lage sein nochmal 10 Fischereien zu kaufen Ich drehe durch bei Didam und zieht da Die macht mein Geräuschen Die macht mein Geräuschen Man kann es irgendwie nicht abstellen glaube ich Ich hoffe jetzt habe ich nicht gesehen wo man es abstellen kann Ich sehe auch keine Settings irgendwie So, gleich können wir die Schrimpfischereien kaufen Die heuteren Zehn Und Hockey Team Das klingt cool Das ist richtig witzig Diese Musik hat der Wahnsinn gekauft So Die Geschwindigkeit hat sich verdoppelt Ja, jetzt dauert es noch 40 Sekunden Das ist cool Und wir kriegen fast 56 Millionen rein Oh Wahnsinn wie das hier reingeknattert Schön, 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 schön Gut, also ich mache das jetzt folgendermaßen Ich mache jetzt erstmal hier so ein bisschen weiter Bis ich, naja, sagen wir mal mindestens das Filmstudio gekauft habe Und den ganzen anderen Kram Dann muss man sich das hier nicht ewig reinziehen Und dann Meld ich mich wieder, ne Alles klar Ich rufe dann an Also Wartet auf meinen Anruf Bis demnächst Ciao